Herzlich Willkommen zurück zu unserer Let's Play Dead Island, natürlich weiterhin mit Snow. Ich habe gesagt, ich sage es zwar nicht mehr, aber wir spielen weiterhin mit Snow. Wir sind auf dem Weg, glaube ich, wieder raus aus dem Goodie-Kack hier. Oh, daneben. Scheiße. Bitteschön. Der hatte ein Messer. Hier haben wir noch einen. Ja. Was bist du denn für einer? Eine Zitrone habe ich gefunden. Ja, beiß rein. Ja. Oh, das macht mich ganz heiß. Was ich heftig finde, du musst jetzt so um die Ecken aufpassen, dass da nicht so ein Explodieren da ist. Schneid ihn die Arme ab, los. Arme gebrochen. Oh, hinter mir. Dicker. Oh, der. Das war knapp. Oh, der ist schon so dick. Wir sind einfach gut. Wir sind gut. Oh, oh. Ich habe noch gesagt, wir müssen auf die aufpassen. Ja. Das war knapp. Oh, noch einer. Ja, ich bin hier im anderen Gang. Ab ihn. Jawohl. Oh. Hinter dir. Vorsicht. Danke. Oh. Ich treffe die nicht. Ah. Ich komme. Ab. Soll es liegen bleiben, habe ich dir eben schon gesagt. Mann. Da ist noch ein Explodierender. Oh. Meine Ausdauer habe ich echt ein Problem mit Snow. Gerade wenn ich mit diesen dicken Dingen hier haue. Ja. Ja, du kannst glaube ich irgendwas killen. Ausdauer mit stumpfen Waffen reduzieren. Ja, das kommt als nächstes. Ich habe jetzt erstmal den Crit erhöht. Ja. Das ist auch gut. Können wir schon wieder reparieren. Ja, wollen wir wirklich? Ja. Wollen wir reparieren, wenn es geht. Weiter geht's. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich wollte euch auch mal was von zu Hause erzählen. Ich habe doch einen Molotov aufgeguckt. Ach nee, die stehen alle im Wasser. Da bringt das glaube ich nichts. Nee, da bin ich auch. Aua. Oh, Alter, da kippt die Alte mich weg. Bist du tot? Nein, 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 nein. Da kommen aber immer mehr. Alter, ich habe keinen Adrenalin raus. Oh, ich bin tot. Komm mal. Geht nicht, oder? Nee. Oh. Das ist der scheiß Dicke, ne? Ja, das macht so viel Schaden, finde ich. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Nee, jetzt habe ich. Hab ihn. Mein Gott, ey. Ich brauche so langsam auch wieder Midi-Packs, wenn ich ganz ehrlich bin. Was habe ich denn noch? Ja, gar keins mehr. Deswegen kann ich dich auch nicht retten, Snow. Na, egal. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ich sterbe. Ich glaube, das war jetzt hier so bald langsam raus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich möchte mal wieder das Licht erblicken. Bastard. 185 Dollar. Ja, ist schon wieder so ein Explodieren, ne? Ja, da müssen wir auch lang. Das ist jetzt einmal im Kreis gelaufen. Nee. Das sieht alles nur so gleich aus hier. Ja, weil da vorne schwirrende Reparaturwerkstück war. Aber ich will jetzt erstmal raus hier. Da lang. Da lang. Ja, da ist ein Dicker. Ah, da ist ein Fass. Ja, sehr schön. Oh, toll. Oh, der Dicker hat nix abgekriegt. Ah, klasse. Scheiße. Hab' ihn. Jawohl. Oh, noch einer. Ich hab keine Ausdauer mehr. Hab ich. Hab ich. Also, der Schaden ist ja wirklich gut, ne? Aber die Ausdauer... Da brauchen wir nicht hoch. Aber die Ausdauer... Tschöne, Junge, Junge. Der lebt sogar noch. Der lebt sogar. Leute, guck mal. Der trinkt nicht, lol. Leute, der bleibt hier sitzen. Ich hab ihm den Kopf zu matsch. Ehm mal den Kopf weg. Oh, da kommt was Großes. Oh, wieder hier so ne Wasserleiche. Haben wir. Das ist ja schon mal sehr schön. Du kriegst auch einen von hinten. Oh, hier könnte man den... Oh, da ist noch einer. Oh, den hab' ich gewonnen, hittet. So, jetzt hab' ich wieder ein Medipack für dich, wenn du sterben solltest. Hier sind Energydrinks. Du hast weniger Leben wie ich. Ach so, jetzt hab' ich gar' ein Medipack genommen. Geben wir hoch oder gehen wir weiter? Hier, wir folgen unserem Ziel. Okay. Also auf den Boden schubsen. Und Matsch. Jawoll. Eigentlich die beste Taktik. Ich lauf rein und danach treten wir so platt. Ja. Ja, einfach so. So, und dann drauf springen. Ganz einfach. Ich spart mal eine Reparaturen. Boah, die Wasserleiche. Kann ich den auch zu Boden schubsen? Ja. Da lieg' ich da. Der schafft doch nicht wieder aufzustehen, die Wasserleiche. Ja, ich hab' dem auch noch gegeben, der ist tot. Äh, da müssen wir auch nicht untätig hier. Alkohol, eine Schippe. Weil der hier ist voll, das Labyrinth, ne? Ja. Aber wir folgen einfach dem Weg. Hier lebt noch einer. Ja, dann würdest du hier auch nicht wieder rausfinden. Also so leid es mir tut, hier findest du nicht wieder raus. Bestimmt noch irgendwo geheime Baupläne irgendwo versteckt. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ist schon krank, finde ich. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Ach du Kacke. Bittere Rückkehr. Ach, wir sind wieder auf der Straße. Okay, hier dran kann ich mich auch erinnern. Okay, hier dran kann ich mich auch erinnern. Irgendwie ist bei mir das Blitz so verschwommen, finde ich. Ach, das war ja so. Das ist wenn du verletzt bist. Nee. So ein Blue-Effekt irgendwie. Oder du hast Alkohol gemacht. Nö, ich glaub nicht. Oder der Alten, da hab ich grad die Rippen gebrochen. Oh, guck mal, was hängst du denn hier, hä? Hast du schon mal einen Stock im Arsch gehabt? Pass mal auf, jetzt hier. Bam, Junge! Gefistet hab ich nicht, boah. Ah, wir müssen wieder zur Kirche, genau. Boah, da waren wir schon ewig nicht mehr, ne? Also da unten in diesem scheiß Goodie waren wir schon ewig drin. Oh, hier gibt's Energy. Energy, Energy. Oh, du hast hier ne Pater liegen lassen. Du hast deine Pater verloren. Nö. Ich hab nichts aufgehoben. Ja, ich hab's eingesammelt. Nicht wieder. Oh, hier ist noch eine Belohnung, siehst du? Auf der Karte. Ja. Ich weiß auch gar nicht. Wollen wir erst mal verkaufen oder erst mal Quest abgeben? Oh, hier, der hat tausend sieben Euro Cash für mich. Haben wir das vergessen, einen zu sammeln? Tausend. Wir sind doch einfach losgereist. Wir haben den doch aus Versehen angesprochen. Den Typen. Batterien. Nein, 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 gib die nicht an. Hab ich aber. Besser Waffen mit upgraden. F. Rihanna, hier. Rihanna, beeil dich. Wir müssen da hin zu Rihanna. Das open ist, Sir. Handel mit U... U... Ja, ich will erst mal verkaufen, würde ich sagen. Ja. Verkaufen. 308 mit Feuerschaden. Benötigt Level 31. Die behalten wir natürlich. Ne, den haben wir, Leute. Der kann weg. Messer kann weg. Baseballstecker, den möchte ich erst mal behalten. Dann haben wir hier noch einen einfachen Morgenstern. Den machen wir auch weg. Wir haben hier noch den abge... Wir haben zweimal... Ja, das ist Level 30. Der andere Level 31. Angeblich dürfte ich mit dem Auto... Ja, ich habe noch ein automatisches Gewehr. Äh, für Stufe 30. Ich habe zweimal automatisches Gewehr. Ja, dann werde ich das andere jetzt verkaufen. Und das für Stufe 30 behalte ich. So, habe ich. Dann kaufen. Hat er irgendwas? Der Streitkolben ist schon fett, ne? Und ja, der Vorschlaghammer, der ist auch geil. Ja, gut, aber... Ich kaufe nur ein paar mittlere Midi-Packs. Ja, habe ich. So, was müssen wir noch? Ich weiß gar nicht, wo Snow ist. Bei mir ist er gar nicht mehr im Spiel. Doch da ist er. Äh, Reparaturbunk. So, reparieren. Ja. Ich könnte so eine Bombe bauen. Bauplan für Deo-Bombe. Was ist das? Kombiniert ein paar Deos nach einer Beschreibung und füllt... Achso, ja, Deo-Bomb ist eine Granate. Die macht 5.000 Damage, glaube ich. In die Hände. Achte nur darauf, dass die Deo nicht leer sind. Was war denn? Oh ja, braucht man die? Boah. Ja, ist... Gerade gegen so Dicke ist das gut. Ja, dann baue ich mal eine. Oder zwei. Modifizieren. Ah, das kann ich modifizieren? Achso, ja. Alles klar, ja. Habe ich gemacht. Das Teil sieht ja cool aus in der Hand. Aber mal rausnehmen aus der Hand, sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. So, weiter geht's. Ja, der eine Typ hatte noch eine Quest für uns, die habe ich mal angenommen. Okay. Muss mich zum Werkzeugkasten holen. Brücke B, um anderen Spieler zu reisen. Ich bin doch da. F. Helen. Mal ganz kurz auf, klar. Können wir das zurückholen? Ja! Yeah! Ja, Leute. Das machen wir in den nächsten Videos. Ich sage wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Dead Island 2. Natürlich dann wieder mit. So, bis dennne. Tschüss! 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 Vielen Dank.